So, wenn jetzt der gute Atmer auch einmal die Null drücken würde, dann könnten wir loslegen. Nein. Das macht er auch, aber du darfst es nicht unten eintippen, du musst erstmal auf dein Bild klicken, damit er unten die Nachrichtsleiste eliminiert. Dann kannst du mit 1 und 2 Ja und Nein machen. Ich brauche Nahrung. Ja, ich habe das schon verstanden, aber... Ja, 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 ja. Du hast halt hier auf 1 und 2 auch Ja und Nein. Achso. Deswegen. Aber wie gesagt, die Null ist die Zahl. Ich habe richtig tiefe, harte Glocken. Aber was ist denn jetzt mit dem Artner los? Welche Akkorde haben wir denn hier? Bei unseren Geräuschen? Weiß ich nicht. Es wäre sauber, wenn wir da irgendeine Meldina spielen, vor Kordzaun zum Beispiel. Können wir ja nicht. Wir haben ja nur 3. Ja. Weil der Atmer ja als nicht beikommt. Mann, 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 Mann. Immer muss mehr stehen, warte. 4 Minuten haben Max sagt. Du bist okay. Das ist wieder gemutet. Das helfen mir bestimmt. Nein, nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein. Boah. Auf Tinder kennengelernt Mal wieder Ja 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 Mal wieder Tim Ja Ja ist auch mal klar Ach nein Nein du keine Sauberling Team Kacke Ja damit Kittenklop Er hat keinen Bock auf Walker League aber wir spielen das Ich hab das noch nie probiert Ach das kann ich mir sogar aussuchen ja cool Äh ich kann nur Defense und Keeper Ja offensiv kann ich auch nicht auswählen Sniper kann ich auswählen Es wechselt als Hä Nimm mal Defense Defense? Ja Ah ok wir können ja nicht das gleiche spielen Ich weiß nicht was wer ist Äh ich geh mal als Keeper rein Ach du Scheiße Nein Oder was gehst du machen Artner Keine Ahnung ja und ich dann Defense Ich bin defensiv oder was Nein das macht keinen Sinn Ok dann geh ich halt als Offensiv rein Nee nicht halt offensiv Ok ich mach Keeper Haben wir es? Ja komm Nein jetzt schon jetzt machen wir im Spider-Gardeval So ich hab keine Ahnung wie das geht So ich hab aber auf jeden Fall eine Schaufel Und Boah Knapp I keep the spirit Und er schießt die ganze Zeit Der Pippi ne Bist du Sniper? Nein! Ah fast Schön das eigentlich war Boah Du Scheiße Ja Oh ne Volk Rookie Striker Hä? Könnt man das Spiel auch irgendwie Such Äh Abisieren Ähm Ähm Äh was für das denn? Ach man hat seine Special Fähigkeiten Wie gehen die nochmal? Schönes Tor Ach Jo Darum komm ich noch nicht dran Wie asozial Welche Maustaste Ich bin Special Schaufel Ah Mist die sind jetzt schon aufgeraht Was ich immer vor euch hab nen guten Schuss mit dem Ding Der Schaufel Das gibt's doch nicht! Ah Mann Oh Gott Wie frech der einfach ist der Typ Was? Was hast du gerade gesagt? Wie frech das war? Ach wie frech Ich hab gerade verstanden wie schlecht der einfach ist dieser Typ Du hast nen Arsch Ich muss erstmal hier echt meine Steuerung wieder reinkriegen Oh zum Glück war er ein Fels ey Ach hier sind Dings gewesen Ah ich treff halt auch den Ball immer nicht Das ging ja noch alles Ja Das gibt's doch nicht! Könnt ihr denn da noch reinrollen? Könnt ihr denn bei der Bande hier da reinrollen? Oder ist mein erstes Tor Oder muss man den Ball mit seiner Waffe abschießen? Weil eben immer Ich glaube schon Ja Ach Jo Du kommst halt da oben auch nicht dran Nee Ja du musst drauf gehen Wahrscheinlich Also die Wahl des Spielers macht glaube ich schon was aus Ja Ich geh auch mal mit raus im Atme Ja Gar keine Chance hast Das ist Achso ihr habt gegengeschossen Ja der hat geschossen Was sind das da unten? Achtung Kinder Wo ist der Ball? Ist der noch da? Oh ja Ich bin gestunt Das ist nicht gut Was? Wie geht das denn jetzt schon wieder? Äh Tor halt Nee ich brauche eine andere Figur Wie kann ich mit dem Titel Wie kann ich mit dem Titel Wie kann ich mit dem Titel in die Figur wechseln? Ja ich wenn das Spiel rum ist Das ist halt nichts ausgereift Aber das ist ganz witzig Nein scheiße Gegner Da haben wir diese Viecher wieder Das gibt's aber auch nicht Dass du dann immer Wenn der die Bande lang rollt Ins Tor reinfällt Warum dass man den Ball einfach nicht mal mit seinem Körper schießen kann Ja Auch eine andere Figur Das geht zu mir Aber wenn wir nochmal vorne anfangen Bevor es jetzt hier noch 3 Minuten und so weiter geht Nein Ich hab ihn gar keine Chance haben Das ist ungefähr irgendwie auch Du hast mir sicher irgendeine Specials Was du machen kannst Ja ich hab diese Raketen Oder Damit erst mal treffen Ist halt so ne Sache Ah fuck Das ist super also sehr genießt Oh der ist drin, ne? Ne war nicht Jaaaa Geht doch Wir holen doch auf Ich musste erst noch reinkommen Viel Glück Was hat mich erwischt Ja ich Ich glaube auch So machen ihn Ja Womit tut der nicht, ne? Bleib mal stehen Ah es ist ein Vieh Geil Geil Es gibt auch viel Lude eigentlich Geht voll Okay Stimmt Stimmt man kann doch mit Pilten hängen werfen Ne? Stimmt man kann doch mit Pilten hängen werfen Ne? Winger grad mit an 57 Lude Versuch Ja auch Kann man damit jetzt was machen Dass wir da nicht gleich zusammen in den Lude wahrscheinlich nicht Oder? Ne Hm Ach Alter ist das zu pflanzen Alter ist das zu pflanzen Ball Oh da Blöd Blöd Da blöd Da Arschloch Ja Das gibt's halt nicht Das ist doch scheiße Ich kann nur snipen Aber wer kann ich Killen Kräubig Dieser Snipes ist am Anfang echt ätzend Ne Ne Achloch Ah es ist Ah Ja Ja Aber Bär Bärmacht Ja geil So ganz langsam komm ich so ein bisschen dahinter Ja ich auch Oh man Na aber der Timo ist wahnsinnig schnell mit seiner fucking Schaufel einfach Das ist auch die Schaufel oder? Alter diese Schütze fuck dir nur ab Boah 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 Hä? Also merke nie wenn sie mir schützt Boah Da Hab euch Nein 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 Oh Gott Das ist echt Ja Das kann doch nicht wahr sein Ich hab ihn wieder nicht erwischt Ja 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 die Trefferkennung ist echt ziemlich scheiße Ja 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 Begräudig Drei Stunden später erkennt er dann mal dass man schießen wollte Boah Ja Da prallt er gegen den Wurm und das ist ja echt räudig was der Timo hier wieder für'n Glück raushaut Alter der ist so ein So ein Fettstiel ne So ein Fettstiel ne Ja Das gibt's einfach nicht Das gibt's einfach nicht Ah fuck In Afghanistan ist nicht gut Aua Oh ich bin tot Timo Hilfe Oh und ich kann den auch null kontrollieren den Ball Ich bin schon wieder tot Wow Ja Was krümpelt denn da Oh Loot, 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 Loot Loot, Loot Das geht wieder Noah natürlich geht er in die Gegenrichtung Der auch Fuck Oh Danke Eieieieiei Also Merkel Kein zu ziehen Replay, ja, nein Ja Nein Nein Achter Revanche Ah wo kann man das denn Rechts oben Ja Ah da ist meine Nummer aus Bitte andere Figur, andere Figur, bitte andere Figur Ja, ja Ein Ort Nein Ich sag wie's geneidet Die ganzen sind doch wir Ja ich bin mir jetzt Ich? Okay Ich bin diesmal Was hast du eben gehabt? Ich hatte eben Offense Ich war Defense? Hm? Du nimmst Defense? Aber der Kieber war doch eben gut oder? Ja der Kieber war echt gut Die Defense ist aber wieder eine Waffe Oh ich hab grad Kieber gegeben Was macht der Defense? Ah ne es sieht doof aus Ah ha 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 jetzt geht ihr Party ab Du musst die Ball kämpfen wenn man sie braucht Ja das ist echt so Nice So jetzt räumt der Pippin mal ab hier Zeig der euch mal hier wo die Schaublenkt Es gab doch noch so ne Zweit Ne ne Attacke oder? Was ging die? Ne Kuh Kuh Ah stimmt Ja das gibt's nicht Scheiße Ach stimmt da hat man diese Vieh für dich Was hast du das abgeflossen grad? Mit Kuh Achso ne ich hab ne andere paar Tage mit Kuh Achso ne ich hab ne andere paar Tage mit Kuh Ja Zwei mehr verschieden Was war das ganze jetzt von denen zu tun? Es verbleht Boah alter Ich glaub wir hätten einfach von vornherein die Rollen so rumtauschen sollen Das ist ja Ja ich hab vorher noch die Schützen derweiten zugehalten Ja Uff Es geht ja um wollte es und jetzt was in es in als es und es ja police opioid Am Nein! Gute Richtung. Ach, der hat nichts gebracht. Geil, Mann, wie kämpft die ganze Zeit? Wie kämpft die ganze Zeit? Die Moron, noch ein Tor. Die Moron, noch ein Tor. Guck, wenn du da im Tor stehst. Alter, was soll das denn? Oh, fagil. Nein, er trifft ihn. Nein, das gibt's noch nicht, da kommt der Kerzengerade wieder zurück. Der Weile gut gehalten. Gute Richtung. Das gibt's noch nicht. Ich spring genau vor den Ball und schießen. Der schießt einfach komplett an dem Scheiß-Ball vorbei. Wohle, wir schaffen das. Ja, wieder. Was? Wider schießt dann den Ball vorbei, das gibt's doch nicht. Wenn der Ball schon fast den halben Bildschirm einnimmt. Wie kann der dann immer noch vorbeischießen? Ja, das ist mega ungenau war alles. Also ich find's ganz witzig, aber das war's dann auch schon. Ja, das ist kein Spiel, wo wir unser Können beweisen können, glaub ich. Ja, das ist halt irgendwie diese... Ey, du hast aber auch irgendwie so eine komische Waffe, oder? Ja, ich hab halt diese... ...diese ganz witzige Schrotflinte. Alter, die haben da einen guten Block drauf, auf jeden Fall. Ja, an sich schon. Und Beeindruck, Timo. Ja, ich auch. Ja, Atme, Achtung. Danke. Nein! Oh, fuck, da kommen so Krabben. Die sind so scheiße. Nein! Nein! Ah, Fack, ich hab den gerade weggeschossen. Ich hab den Demons gequoten. Man kann sich auch nicht... Doch, man kann sich umdrucken werden. Das spuckt mich noch eine Krabbe an. Wie kann man das machen? Kann man nicht. Fehlt mir. Man kann sich umdrucken werden. Man kann sich umdrucken werden. Ich weiß, oder? Ich fehlt ne Ballkämmen. Ja, eigentlich sowas halt. Mir fehlt Treffergenauigkeit. Geht eigentlich. Ja, okay, das ist ja auf dem halben Weg schon Tuf, wenn ich das den Hose weg... doch blöd. Sehr schön. Timo klappt hier nur noch auf. Graben ein. Die nerven. Ja. Ich komme aber momentan auch alle konsequent irgendwie zu mir gerannt. Na, jetzt geht's da alle. Hö. Hat der dann so'n Golem das noch? Ich glaub's nicht. Der Ball jetzt da. Ach so'n... Nein. Ist das ne Hilfe? Nee. Fuck, fuck, fuck. Huh? Fuck. ...und da kommt der nächste Golem oder was? Ja. Dududududududu. Fuck. Da rennt er halt einfach zu lahmarschig. Hast er schon mal offense emotional gehen? da wäre niemand drauf kommen aber wird jetzt läuft der echte namen aber knappes spiel also witzig aber ja ich glaube ich finde den normalen modus auch irgendwie spaßiger aber das ist trotzdem prinzipiell eine ganz witzige idee aber ich muss ganz ehrlich sagen also eine ganze runde jetzt mit dings anzufangen dort ewig was sei oder auch das dauert länger als stunde martin sicherheit wenn da jetzt auch mal saulang gespielt ist hier immer die station sechs sieben folgen ja wenn wenn wir es nicht verkackt haben dann war das in vier folgen durch recht und es ist auch die frage ob wir überhaupt zu weit kommen ja stimmt nicht mehr gespielt können einfach mal das spielen wenn es nicht mehr als da eben wird es jetzt auch wenn er es nicht wird und es wird der pipi nicht also von daher haben wir ja die werden wenn es zu spät würde wir können dann auch jederzeit wieder aufhören so ist es ja auch nicht also von der ich ich ich